Ach ja, wie ich es vermisst habe, in Mario Kart mal wieder ordentlich auf die Schnauze zu bekommen. Und dann noch auf dieser Strecke, da wo es gleich noch am häufigsten passiert. Nur gut, willkommen zu einer neuen Folge von Mario Kart 8. Die Lüx, ich glaube aber tatsächlich, dass heute mein größter Gegenspieler nicht die Online-Gegner sind, sondern tatsächlich meine Steuerung. Nicht weil der Joy-Con irgendwie gedamaged ist, was halt auch ein Grund wäre, sondern tatsächlich, weil ich aufgrund meiner aktuellen Sucht zu Mario Kart Tour so ziemlich ich mit der Steuerung Probleme habe, aber zumindest mit den Items nicht mehr so richtig umgehen kann. Also wirklich no joke. Ich verballere die Items in Mario Kart Tour einfach direkt. Jedes Mal. Und das habe ich ja in Mario Kart 8. Die Lüx noch nie getan so richtig. Das heißt, Sorgfalt existiert leider bei mir nicht mehr. Aber vielleicht ist das, das kann ein Nachteil, aber auch ein Vorteil werden. Eventuell, wenn ich heute ein paar Fehler mache, dann wundert euch bitte nicht. Aber glücklicherweise mehr als schief gehen kann es ja nicht. Und derzeit sieht es immer ganz gut aus. Ich habe mich jetzt auch für einen schweren Fahrer entschieden, einfach für mehr Speed, weil, naja, ich glaube, ich werde den brauchen. Ich habe so ein Gefühl, hier werden tatsächlich ein paar Millisekunden entscheiden. Gut, Platz 5. Mal schauen, was da noch geht. Oh nee, natürlich. Ja, ha, ha, natürlich. Das gegen 3er-Pack-Grünen. Wetten, einer von denen trifft mich? Boah, das war jetzt knapp. Derzeit sind mir auch die Pilze ein bisschen gegönnt, alles klar. LOL! Hä, wo kommt der hier? Boah, Mann, der hebt mich jetzt... Das war ein Streifschuss, aber so ein richtiger. Und ja, natürlich, den kriege ich jetzt ab. Ha, 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 ha. Bewein dir doch auf, ganz ehrlich. Ich bin armer Österreicher, ich kann gar nichts dafür. Natürlich lassen mich die nicht in Ruhe. Vor allem, weil ich ja eine ernsthafte Konkurrenz bin. Ich meine, mit 14.800 Punkte, keine Ahnung, wie viel ich habe. Ist schon zu lange, ja. Werden mich die auf jeden Fall ernst nehmen. Ich meine, es gibt ja keine Japaner mit 90k-Punkten. Nee, 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 noch nie gesehen. So, jetzt kommt die heiße Phase, dritte Runde. Boah, Mann, wie lange ist das her? Und jetzt geht's... Er wollte es mir gerade klauen. Hättest du das getan, dann hätte ich jetzt schon geschrien. Natürlich, was? Yo! Alles prasselt wieder auf mich ein. Wie gewohnt. Es hat sich nichts geändert am Spiel. Alle sind genauso scheiße drauf wie immer. Och, Stern sei mir gegönnt. So, nächster. Kommt ein Kugelwilli. Okay, der nimmt aber die Kurve. Das könnte gut sein. Dritter Platz. Nee! Warum hört der nicht auf? Das nenne ich Korruption. Das war schon mal der erste Betrug für den heutigen Tag. Nur vier Punkte? Alter, die Leute sind so richtig scheiße. Ich hab mich grad eigentlich ein bisschen gefreut. Und jetzt bringt es mir gar nichts. Weil die einfach alle unter 10k fast sind. Boah, Mann, ich hab gegen echte Noobs gerade gewonnen. Wow. Das ist so ein Verdienst. Jawohl, Leute. Das ist ja heute ein Glückstag. Zweites Rennen. Zweite Yoshi-Strecke. Das ist... Achso, ich bin ja gar nicht Yoshi-Stimm. Ja. Ich wollte grad sagen, zweites Heimspiel in Folge. Aber nee, ist er nicht. Da ich ja heute Gold Mario spiele. Aber ist egal. Und jetzt gibt's Stoff, Bruder. Jetzt holen wir uns den ersten an. Ein bisschen träumen darf man, ja. Obwohl, beim letzten Mal hat es mir den ersten Platz ja funktioniert. Überraschend. Vielleicht ist es diesen Mal auch so. Da ist er schon, der Erste. Ich glänze ja schon so golden. Und da ist... Da kommt doch nur der Erste für mich in Frage. Und nichts anderes. Könnte das nicht jetzt schon die letzte Runde sein? Boah, wäre das schön. Oh Gott, die sind mir... Die heften mir... Ah, die haften mir alle am Arsch. Oh je, oh je, oh je, oh je, oh je. Eine der Fragen der Zeit, bis ich meine Führung abgebe. Jo, wo spring ich denn hin? In Marokatour hat mich der Lakitu schon wieder zurückgesetzt. Sag ich euch. Und da ist der Erste weg. Weg da. Oh, ich hab's schon so befürchtet. Alles gut gegangen. Die Bombe ist... Die hat mich erwischt. Meine eigene Bombe ist grad zu mir gelaufen. Das darf natürlich nicht passieren. Oh, glücklicherweise Pilz. So, jetzt da durch. LOL! Hä? Was denn da los? Alter, ist das Buggy. Irgendwie bin ich da rübergekommen, aber keine Ahnung wie. Also ich hab mich tatsächlich schon mit der einen Hälfte im Abgrund gesehen, aber... Alter, Vater. Da hat mich der Bug, glaub ich, nochmal gerettet. Was auch... Wie auch immer dieser Bug lautet, aber... Oder ob's überhaupt einer war. Ich vermute einfach mal. So, Puhu lohnt sich natürlich auch. Jetzt ist er durch ganz schnell. Gut, Pilze bewahren wir uns mal auf. Jetzt kommt wieder die entscheidende Phase. Wird es die Runterholphase oder wird es die Schreifase? Ich weiß es nicht. Es wird die Schreifase! Ich... Ich call es! So, nein! Wo fährst du hin, Markus? Wo fährst du hin? So, da ist wieder ein Stern hinter... Er setzt die Tröte ein. Ja, sicher. Anstatt Speed-Items kriegt natürlich so ein Dreck. Und was erhofft man sich dadurch jetzt? Eventuell? Dass ich weiter hinten noch komme, oder wie? Also da... Oh, ich hatte so Angst gerade. Das Teil hat mich safe getroffen. So, jetzt aber. Komm, bitte, bitte, bitte. Stern, okay, damit kann ich umgehen. Immerhin getroffen kann ich nicht mehr werden. Da geht es sich aus für den Fünften, glaube ich. Ja, okay, Sechsten. Leider wird das Minus. Ich rieche es. Ja, Alter, Minus 8 wirklich jetzt. Ich weiß, die Anforderungen sind groß, aber das ist schon dezent lächerlich. Japaner mit 45.000 Punkten ist soeben eingetreten. Booyah! Das bedeutet, die Schreifase fängt jetzt schon direkt nach der ersten Kurve an. Ansonsten wäre es immer in der dritten Runde. Aber, jo. Offenbar will das Spiel heute mich auf jeden Fall strapazieren. Und das tatsächlich um 1.30 Uhr in der Nacht. Hast du nichts besseres vor, liebe Spiel? Ne, offenbar nicht. Ich glaube, ich wechsle dann doch lieber zu Mario Kart Tour. Weil da kann mir sowas gar nicht passieren. Obwohl, will ich gar nicht so sagen. Da habe ich tatsächlich auch schon zweimal oder so geschrien. Aber bis das Spiel irgendwie Mario Kart Deluxe toppt mit meinen Schrei-Anfällen, das wird noch ein bisschen dauern. Dafür ist das Spiel noch ein bisschen zu jung. Gut, und wir gehen mit nach der ersten Runde tatsächlich als einer der letzten Plätze rein. Ja, ha, ha, ha. Ha, ha, ha. War der gut? Oh, ne. Ich habe schon gesehen, der hat drei Grüne. Und wen werden sie erwischen? Auch nicht mich. Okay, das war der Joy-Con. Boah, glücklicherweise passiert das in der ersten Runde. LOL! Hä, wo kommt denn der her? Schon wieder, dass mich ein Router irgendwie verfehlt hat? Ey, ganz ehrlich. Habe ich irgendwas verpasst? Okay, Kugelwild, na immerhin. Aber irgendwie kommt mir das Ganze noch ein bisschen buggy vor als sonst. Vielleicht täuscht es doch einfach. Wow, und der Kugelwild hat mich tatsächlich ordentlich gerettet. Muss man so sagen. Auf einmal bist du mir vorne da. Oh, ich habe mich... Ja, ha, ha, natürlich hast du mich damit getroffen. Ja, und was noch? Was kommt als nächstes? Ein Blauer, der abbremst und nochmal zurückfährt, wenn er mich nicht erwischt. Ich traue dem Spiel alles zu. Jetzt kommt er... Das war jetzt ordentlich knapp. Also ich habe den Luftzug schon gespürt. Boah, jetzt wird es aber schon dezent lächerlich. Also jetzt hätte ich nicht schon genug Minus, aber offenbar reicht es dem Spiel noch gar nicht. So, da kommt einer mit dem Stern. Dankeschön für gar nichts. Und tatsächlich sind wir, glaube ich, jetzt in dem Moment fast letzter. So, ja, wow, ein Blauer. Yo, früher hätte der gar nicht kommen können. So, und das reicht tatsächlich nur für den achten Platz. Boah, Alter, das wird jetzt mindestens 20er Minus. Ja, nicht ganz. So kann man sich Punkte verspielen. Boah, ist das erbärmlich. Glücklicherweise hat sich der 45k Japaner wieder aus der Runde verpisst. Weil ihr habt ja gesehen, wohin das führt. Schreiphase komme sonst früher als sonst. Gut, Wolkenstraße haben wir zum Schluss. Solide Strecke, kann ich halbwegs vernünftig fahren, solange mein Schalkon nicht abspuckt. Mittlerweile gebe ich jetzt wieder den Controller die Schuld. Am Anfang sagte ich noch, ja, okay. Es wird wahrscheinlich eher die Item-Sache sein. Aber nee, jetzt auf einmal wieder der Controller. Boah, ich kann mich auch nicht entscheiden. So, ja, und wieder der Rote. Alter, was ist heute mit den Roten los? Also normalerweise trifft mich sowas immer. Aber offenbar, heute sind die Roten ein bisschen gutmütig mit mir. Ich kann nicht garantieren, ob das so bleibt. Weil jetzt, wo ich es erwähnt habe, schaltet das Spiel in so einen Modus und wird mich wahrscheinlich jetzt auch nicht trollen. Gut. Sieht so aus, als würden wir wieder mit einem Mittelfeldplatz rein starten. Oh Mann, ganz ehrlich. Die Leute sind hier nicht mal stark und ich komme nicht mal über das Mittelfeld hinaus. Keine Ahnung, woran das schon wieder liegt. Und jetzt bin ich tatsächlich letzter. Generell würde mich jetzt gerade interessieren, was ist da gerade passiert? Bin ich da tatsächlich gerade einfach runtergeklatscht, ohne dass ich es wollte? Ich meine, ist ja nicht so, als ob mir das nie passiert, aber das fühlt sich irgendwie so neu und keine Ahnung an. Aber offenbar muss ich mich daran gewöhnen, dass das jetzt öfters passieren wird. So, nächster Stern. Ich würde mir jetzt echt wünschen, dass ich einen Blitz hätte. Bitte. Es wäre mir echt ein Anliegen. So, schnell da durch. Oh Gott, da wäre sich ein Doppleitem ausgegangen. Mit den drei Pilzen kann ich aber auch gute Leben. Ich knatsche und wieder an derselben Stelle runter, Mann. Was ist denn heute los? Glücklicherweise war ich nicht der Einzige, aber es bringt sich halt leider... Was habe ich am Anfang gesagt? Die Roten verschonen mich? Ja, ha, 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 ha. Der war gut. Hä? Das war jetzt ein Guxer-Move, aber so richtig. Lol, was habe ich denn jetzt gerade gemacht? War das jetzt tatsächlich ich, oder... Täusche ich mich da gerade? Alter, so habe ich so... Ja, sicher. Was habe ich jetzt noch verdient? Hallo, ich hätte gerne ein Item. Könnte ich dir ein Item-Ticket haben wie Mario Kartour? Bitte, danke, weil dann wäre ich wenigstens befreit. Aber das sieht offenbar nach einem sehr, sehr starken Letztplatzierten aus, aber... Nach einem letzten Platz, aber... Ganz ehrlich, ich bleibe ruhig, weil... Irgendwie hätte man damit rechnen können. Aber was sagt uns das? Richtig, das Spiel hasst uns mehr als sonst. So, Kugelwille, reiß noch irgendwas. Eventuell. Naja, geht sich die Maus. Ah, ha, ha, einen Zentimeter! Ja, danke für nichts, Alter. Gut. Es wird noch Zeit den Nervenarzt, um fast zwei Uhr in der Nacht anzurufen, weil... Das finde ich hier nicht okay, was hier gerade passiert. Das ist gerade ein Skandal. Also, Leute, dann. Was ist mit der heutigen Folge? Ich brauche jetzt ein Beruhigungsbier. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.